Ich nehmle es, die. So. Er hat sich jemand zurück weg-teleportiert. Hier ist wieder Aria. Hier ist auch mich wieder. Ja, es ist Sammel-Action gerade in Aria. Wie ist das hier? Stufe 17. Wenn sie Stufe 17 ist, warum sind sie hier? Vielleicht hat sie ja hier Leben-Quest. Oder macht gerade die ganze Leben-Quest, die hier sind. Und hier, wo sie einfach übersprungen. Sprungeln. So, jetzt geh ich Thorsin auf sie da töten. Kommst du mit? Ich bin doch kein Level 15. Oh. Ah. Warte, ich muss ganz einfach Blöbchen suchen. Lieg eben alleine. Okay, sterb ruhig. Ich werde nicht sterben. Ich habe unsere Zuschauer auf der Seite. Du kannst doch auf mich warten. Wir machen ein Let's Play Single. Let's Play Single? Das wär mal irgendwie so. Let's Play Single. Nicht Let's Play Minecraft. Let's Play Single Minecraft. Du kannst doch warten. Du bist so. Du bist so. Wir sitzen. Wir sitzen. Wir sitzen. Wir haben Ohren. Wir haben einen Zopf. Wir haben Schminke. Wir lächeln. Wir haben blaue Augen. Ähm. Ein Schild. Den können wir uns einsammeln. Da ist die Trolle auf der Karte. Baumliebhaberin Saria. Was ist jetzt ein Vigiland? Äh. Du Rufstache. Äh. 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 Spiel. Ja. Er ist ein Torsin-Aufseher. Da. Dann hätten sie auch mal eben halt. Toll. Kann man nicht vergessen. Du wurdest schon angegriffen. Ich warte. Ich hätte trotzdem angreifen können. Du wurdest schon angegriffen. Ups. Das ist ja ne. Ich hab die. Ja. Du wirst dann raus. Du wirst dann auch mal sehen. Das ist doch einfach nicht. Weil wir nicht aufgegriffen haben. Ist da oben vielleicht noch jemand? Wahr. Wenn es wahr, war es nicht wahr. Warte. Oh man. Beide in grün. Ist auch meine Schuhe. Meine Schuhe sind braun. Warte mal kurz. Oh ich dachte hier wäre noch einer. Nee. Warte. Du mein. Warten du denn mal, Lapu? Was wartest du denn da oben? Ich bin gar nicht mehr da oben. Ich lauf hinter dir. Warte. 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 So. Let's play. Äh. Let's play. Eilen. Rumlaufen. Marsch. Marsch. Da. Marsch tun. Gut. Was. Da hab ich doch immer nachgeschaut. Da war für noch alles so schlecht wie ich gespielt. Grünig. Ihr habt ein Umbruch. Das ist das falsche Ziel. Gut gewertet. Na, 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 na. Ist das halt ein Kohlköpfe? Ne, checken. Da ist ein Torschen-Aufseher! Oh, der wird jetzt schon angegriffen. Alter, warum greifen die alle an? Hier wollen sie auch greifen. Vielleicht macht der es bisher auch schon da, hat er gedacht. Ne. Da ist ein Torschen-Aufseher. Ne! Nein! Was ist mit euch? Wer ist von? Let's such Torschen-Aufseher. Ne? Let's such Torschen-Aufseher. Funden! Muss angreifen! Verhältnis! Dotte. Acapa! Dschu ja. Pfangies! Dschu ja. Ä gone. джu ja. Der ist ja läuft's. Nach wondered uns das Platz geht es um... Die sind ja auch noch drin. Was? Was kann ich da so töten, dass das Typ hier hinten alle sammeln. Da ist doch liegen geassnab. ich gehe schon jetzt ich gehe zu erst zurück ich habe ja vorgabt. Giovanna. Oh, Giovanna. Das klingt so hessen scheiße, das weißt du. So zweideutig. Also das ist auch ganz voll übersteuert gewesen. Ja, Hanno, was ist mit dir? Er atmet. Dukaki atmen auch. Das sind auch nur Dukakis. Was hast du denn hier zu atmen? Du sagst, was hast du und so. Du meckerst an Dauern und so. Ja, weil ich bin da gelaufen und so. Meine Bäume haben doch jemand zurückgeladiert. Na und? Mit der Oben. So ein Regis doch mal. Du bekommst, du bekommst, du bekommst, du bekommst. Du bekommst, du bekommst, du bekommst. Ja, Ah, noch klick, wenn ich so mache. Ah, ich wünschte dich. Die Kobolde führen etwas im Schilde. Der Walahur, wie kann ich helfen? In der Kabara-Mine ist ein riesiger Kessel. Die Kobolde bewachen ihn Tag und Nacht. Also, wir sollen jetzt ein Kessel suchen und durchgesückt. Ja, und ich find... Ich will Blümchen sammeln. Sollen wir doch Blümchen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Mein Bildschirm hat sich, glaube ich, klaff gehangen. So, Leute. Mein PC meinte, Ayan spackt ab. Ihr PC meinte, Ayan fliegt raus. Und wir meinen, wir wollten eigentlich die Aufnahme jetzt beenden. So, haben wir es richtig beendet jetzt? Ja. Ach, nicht schon. Ja, und also, das war's noch mit einem, so. Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon Part 3 oder... Äh, ne, äh, 5, 6, 7, keine Ahnung, ich wollte mal 7 tippen. Ah, okay, wir sehen uns dann nächstes Mal. Und so lange kriegt ihr... Also, zum, ähm, hier... Zum wunderschönen Ab... Abgang. Ich werde meine Figur jetzt auf euch zeigen. Ich werde meinen Finger... Ich werde so, so gut. Tschüss. Tschüss.